Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anders als in westlicher Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Ciadea, ich grüße dich. Dieses Bild zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts, gar nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir, in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und das zeigt dein Seelenplan. Bei diesem Geburtshoroskop möchte ich die beiden Mondknoten beschreiben. Wir haben einmal die absteigende Mondknoten oder Ketu und dann haben wir die aufsteigende Mondknoten oder Rahu. Die beiden zusammen bilden sich eine Drache. Aber diese Drache ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Das ist der Kopf der Drache. Die Körper, Ketu oder absteigende Mondknoten, kennen wir schon. Das sind die Erinnerungen. All das, was du schon erlebt hast im früheren Leben, das Gesamte. Hier hast du schon Lebenserfahrungen gemacht. Das sind Schützethemen wie Ausland, Reisen, Neuorientierung, Sport, Bewegung, auch Begeisterung. Immerhin ist es Feuerelement. Und dann kommt noch dazu der siebte Lebensbereich und das ist Liebe, Partnerschaft oder Ehe. Da hast du deine Erfahrungen gemacht. Der Drachenkopf fehlt. Deine Seele sucht es. Wo ist dieser Kopf? Dieser Kopf ist hier in der Zwillinge. Das, was du brauchst, was dich auch befreit. Das ist dein Aszendent und das zeigt deine Persönlichkeit. Und dazu kommt noch die Zwillingsenergie, die Leidigkeit, das Spielerische, das, was dich befreit im Leben. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Und dieses Jahr und nächstes Jahr befinden sich die absteigende Mondknoten, diesen Drachenkörper, im Schütze. Genauso wie in deinem Geburtshoroskop. Aktiviert nochmal Themen Reisen, Ausland und Partnerschaft. Und die Drachenkörper, das, was die Seele sucht, was man gerade auch braucht, das ist eine Persönlichkeit in Zwillingen. Das heißt Bewegung, Neuigkeiten, Gespräche, aber eine spielerische Art und Weise. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich, wobei bei der Sonnenbewegung ist es so, dass die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und genau diese Bewegung schauen wir an, das nennt man auch Transit. 1. Mai ist zwar vorbei, aber ich starte mit 1. Mai. Sonne ist immer wieder. Sonne ist die kleine Uhrzeige in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Da fließt die Lebensenergie. Sonne ist immer wieder. Aktiviert wieder Themen. Das sind Neuigkeiten, Neuanfang, Begeisterung. Dann kommt die Thematik dazu, was zum elften Lebensbereich gehört. Das sind deine Wünsche, Sehnsüchte, deine Hoffnungen. Da die Aufmerksamkeit lenken, diese Lebensenergie lenken. Und dazu gehören auch Freundschaften und Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel eine Partei oder ein Verein. Hier bewegt sich Uranus auch. Uranus löst Umbrüche und Veränderungen aus, sorgt auch für unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Begegnungen. Uranus bleibt viel länger, einige Jahre nach dieser indischen Berechnung. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Marsenergie setzen wir uns durch. Mars ist männlich und kann auch eine männliche Person bedeuten. Im Geburtshoroskop ist das der Partner. Aber bei dieser Art von Bewegung, bei diesem Transit, kann auch eine andere männliche Person sein oder Personen, auch mehrere. Das kann zum Beispiel ein Beamter sein oder ein netter Nachbarn oder jemand von Familie. Mars bewegt sich zur Zeit im Stier. Hier kommen die Stierthemen dazu und das heißt, im Kraft bleiben, nichts überstürzen, sondern die Tage genießen, die Ruhe bewahren. Der zwölfte Lebensbereich bedeutet auch Rückzug und im Ruhe liegt auch die Kraft. Kann auch eine männliche Person bedeuten, dass dieser Mann auf dich zukommt und es ist so geheimnisvoll oder du denkst an jemanden, aber das sind deine Geheimnisse oder dieser Mann denkt an dich und das sind seine Geheimnisse. Zwölfter Lebensbereich bedeutet auch geheime Feinde und wenn Mars hier ist, bedeutet dich durchsetzen, dich wehren. Wenn du dich müde, kraftlos fühlst, dann ist gut dieser Rückzug. Zwölfter Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas. Jupiter ist gerade rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt etwas vergrößert, sondern das noch zurückhalten. Diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten Vergangenheit. Jupiter bringt Glück im Leben, Chancen, Möglichkeiten. Jupiter vergrößert auch die Gerechtigkeit. Bei Jupiter-Einfluss haben wir oft rechtliche Sachlage. Jupiter bewegt sich zur Zeit in Skorpion. Und das erlebst du, diese Jupiter-Energie im Alltag. Hat auch mit Gesundheit etwas zu tun. Und hier bei Skorpion-Energie, achte auf dein Gefühlen. Skorpion steht zum Gefühlen, das von Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all von diesen Gefühlen loslassen und übergehen auf die anderen Gefühlen, auf die positiven Gefühlen, wie Begeisterung oder etwas mit Liebe gestalten. Das ist auch eine Art Wandlung. Saturn ist der Planet der Schicksal. Durch Saturn-Einfluss haben wir schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Entscheidungen. Saturn hütet auch die Karma, kommen auch karmischen Erinnerungen. Saturn grenzt uns manchmal ein, belehrt uns, ist auch der große Lehrmeister und möchte, dass in unserem Leben wir einen Halt bekommen, dass etwas in Form kommt. Saturn ist gerade rückläufig. Das hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Auch mit karmischen Themen etwas zu tun. Saturn bewegt sich im Schützer. Das sind Schützer-Themen. Die Orientierung im Leben. Das, was uns begeistert, das ist der Fokus. Schützer zeigt das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und esoterisch bedeutet das, da sind unsere Wünsche. Außerdem steht der Schützer auch in Verbindung zum Ausland. Auslandskontakte oder Bewegung wie Sport. Und hier im siebten Lebensbereich handelt es sich auch um Partnerschaft. Pluto bewegt sich auch im Schütze. Pluto ist auch rückläufig. Hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Und Pluto sagt aus alles oder nichts. Konzentriere auf dem Wesentlichen. In deinem Geburtshoroskop befindet sich Pluto hier im Krebs, im zweiten Lebensbereich. Krebs ist ein Feingefühl, immer die richtige augenbliche Erwischen im Leben, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Handelt es sich im zweiten Lebensbereich auch um Besitz. Das kann auch familiären Besitz sein. Das würde zum Krebs auch gut passen. Und auch um Geld. Und Pluto zeigt hier in dein Geburtshoroskop. Konzentriere auf den Besitz, auf dem Wesentlichen. Und Gaia ist unser Planet Erde, bewegte auch hier im Krebs. Und unser Planet Erde zeigt, das manifestiert sie. Du brauchst das. Diese finanzielle Sicherheit und Stabilität. Aber das ist in deinem Geburtshoroskop. Neptun lässt unseren Träumen leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun bewegt sich im Wassermann. Hier aktiviert dein Venus in dein Geburtshoroskop. Und das handelt sich um deine Weiblichkeit, aber auch um die Liebe. Und im neunten Lebensbereich handelt es sich um Ausland, oder Reisen, oder Spiritualität, oder deine Glaubensätze. All das, was du glaubst, dahin geht auch die Reise. Glauben versetzt Bergen. Venus ist eine weibliche Energie, zeigt uns Frauen. Unserem Aussehen, unserem Aussehen, unserer Weiblichkeit. Venus ist die Liebesplanet, also eine Venusbewegung. Wenn Venus aktiviert etwas im Horoskop, handelt es sich oft um Liebe, Partnerschaft. Aber nicht nur das, sondern auch Kunst, Kreativität. Im Venus-Einfluss bringen wir etwas in Harmonie. Oder wir verschönern etwas. Wenn es um einen Venus-Einfluss handelt, kann es auch bedeuten, eine Frau oder mehrere Frauen, die gerade Einfluss haben auf unserem Leben. Also nicht im Geburtshoroskop, sondern bei dieser Bewegung, bei diesem Transit. Venus befindet sich im Tierkreis zeichnen Fischen. Venus fühlt sich sehr wohl im Fischen. Hier kann Venus sehr schön entfalten. Das ist inspirierend, etwas verschönern. Und hier im zehnten Lebensbereich bedeutet Öffentlichkeit. Das wird wahrgenommen oder bekommt man Anerkennung, ein Kompliment. Oder hast du Kontakt in Öffentlichkeit mit einer weiblichen Person. Oder du als Frau bist du gerade wahrgenommen. Hier befindet sich auch Merkur. Und das sind Gespräche, Kontakte, Handlungen in Öffentlichkeit. Oder wir lernen, unsere Ziele formulieren, dass wir eine Ahnung haben, was genau wollen wir erreichen. Und dann zeigt dieses Weg, wie erreichen wir das. Und hier hast du die Fischenenergie durch Intuition, durch deine Träume, durch Visualisierung, durch die Gefühle. Und hier lernst du Vertrauen, das Fluss des Lebens. Anfang Mai ist Mond auch hier in Fischen. Mond ist der große Ohrzeiger in diesem kosmischen Ohr und hat Einfluss auf unseren Alltag. beeinflusst unseren Unbewussten, beeinflusst unseren Gefühlen. Mond ist weiblich, ist auch die Empfängnis und hat mit Mütterlichkeit, auch mit Mutterbild oder auf unserer eigenen Mutter, auch steht in Verbindung. Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert die Mutter. 2. Mai 2019 steht Mond mit Venus in Verbindung. Wenn sie sich verbinden oder treffen, heißt sie wirken zusammen. Sie können gar nicht getrennt, sie wirken zusammen. Und das heißt, aktiviert die Liebesleben, auch die Gefühle oder kommt eine Frau, eine Begegnung mit einer Frau und diese Frau löst etwas aus in unseren Gefühlen. Entweder die Begeisterung oder Wut kann auch auslösen. Wut ist auch eine Art von Gefühlen. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und das heißt Handlungen, Gespräche, Informationen und das beeinflusst auch unsere Gefühle. Das kann auch von Öffentlichkeit sein, von Fernsehen, von Nachrichten, natürlich auch. 4. Mai ist Neumond und das heißt, Mond übergeht im Wetter und trifft mit die Sonne. Und das ist deine persönliche Energie, weil in deinem Geburtshoroskop war das auch Neumond. Sonne und Mond haben sich hier getroffen im Steinbock, in deinem Geburtstag. Also in dem Tag, wo du geboren bist. Also das ist deine persönliche Energie. Also das ist jetzt Neumond im 4. Mai, exakt um 23.46 Uhr und das heißt Rückzug. Nachdenklichkeit, Medikation, worüber? Entweder die Wiederenergie vermittelt das Nachdenklichsein über ein Neuanfang. Oder die 11. Lebensbereich, nachdenklich sein über Wünsche und Hoffnungen. Oder nachdenklich sein über Freundschaften oder Zurückziehen von Freunden und Bekannten. 5. Mai übergeht Merkur in Wiederen und aktiviert dieselben Themen. Dazu kommt die Merkureinfluss, das ist oft Handlungen, Gespräche und das löst auch aus. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Rückzug ist sehr wichtig momentan und genau das, was dein Gefühl auch sagt. Das sagt deine Intuition. Außerdem kommt die Stierenergie dazu. Überlegen, aber im Rückzug, im Ruhe. Was ist für dich wertvoll? Was möchtest du in Besitz nehmen? Was möchtest du befestigen? Und um die Finanzen mal nachdenken. Oder wenn es darum geht, dass du etwas festhalten möchtest. Aber wäre besser zum Loslassen. Natürlich in diesen Momenten auch darüber Gedanken machen. 7. Mai übergeht Mars in Zwilling. Dein Aszendent ist Zwilling und das zeigt dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten. Hier mit Marsenergie ist das sehr kraftvoll. Und dann kannst du dich auch durchsetzen. Kann auch bedeuten, dass du Sport machst, Sport, Bewegung. Möglich ist es auch, dass du Wut hast und zeigst auch diese Kraft, dich zu wehren. Möglich ist auch noch, dass eine männliche Person einen Einfluss hat auf deine Persönlichkeit oder auf dein Aussehen. 8. Mai übergeht Mond in Zwillinge und trifft mit Mars. Und das beeinflusst deine Gefühle. Oder deine Gefühle sind so impulsiv, dass du es kaum im Zaum halten kannst. Dann kommt die Marsenergie dazu. Und das ist dieser Impuls. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung. Merkur-Uranus-Verbindung. Das ist eine unerwartete Nachricht. Oder durch ein Nachricht, durch ein Gespräch verändert sich etwas. Und das ist wahrscheinlich von Bekanntenkreis, Freundeskreis oder von Gruppe von Menschen, wo du aktiv bist. 10. Mai übergeht Mond im Krebs und aktiviert Themen. Was die Krebs ausmacht, das sind familiären Themen. Oder auf deine Intuition hören, sollst du handeln oder lieber abwarten. Krebs hat dieses Feingefühl. Und Mond aktiviert das. Und Mond fühlt sich da sehr wohl, weil Mond herrscht über die Krebs. Dann kommen Themen dazu, wie Werte, Wertschätzung, Finanzen. 11. Mai übergeht Venus im Wider. Und das kann bedeuten, dass Neuanfang in die Liebe. Oder durch eine Frau kommt die Kontakt und begeistert dich von etwas und fangst etwas Neues an. Oder hast du Wünsche, Sehnsüchte, was die Liebe betrifft. Oder etwas, was du liebst. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Und das ist hier im zweiten Lebensbereich, wo um Werten, Besitz und Finanzen handelt. Ein Halbmond ist Spannung, Nervosität oder Unsicherheit. Dieser Halbmond ist exakt um 2 Uhr 12 Minuten. In diesem Tag fehlt die Erde-Element. Fehlt die Sicherheit, die Stabilität, die Struktur. Entweder hast du Einflüsse von außen, was dich verunsichert, wenn es um Selbstwertgefühl geht oder Wertschätzung geht. Oder bei Investitionen, Verträgen, wo auch Geld eine Rolle spielt, wie Kaufvertrag zum Beispiel. Da entstehen Missverständnisse oder kommen Unsicherheiten. Also achte auf die Finanzen in diesem Tag. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Aktiviert Löwe Themen. Selbstdarstellung. Glanz. Mittelpunkt zu sein. Und dazu kommen noch die Themen von dritter. Lebensbereich. Die Verbindung zu Verwandten. Bekannten. Informationen. Ein Austausch von Informationen. Und lernen etwas. Oft ist das die Schule des Lebens. Dich zu behaupten. Durchsetzen. Im Mittelpunkt zu sein. Das passt auch sehr gut zum Löwen. Außerdem Öffentlichkeit. Das wäre auch Löwe-Themen. Oder Internet. Medien. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrauen. Das heißt, etwas in Ordnung bringen. Bereinigen. Und hat auch mit der Wohnsituation das auch etwas zu tun. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Und beginnt ein neues Monatsthema. Und das, was die Stier ausmacht. Das Leben genießen. Die Ruhe bewahren. Entspannung. Außerdem. Wertschätzung. Etwas in Besitz zu nehmen, was für uns wertvoll ist. Um die Finanzen zu kümmern. Aber nicht festhalten. Und bei dir wirkt das im zwölften Lebensbereich. Und das ist mehr Rückzug. Halte den Geld zurück. Oder sei zurückhaltend. Bewahre die Ruhe. Sei eher beobachtend. Beobachte die Geschehen. Hier sind auch geheime Feinde. Das kann sein, dass du Neidung hast. Wegen die Besitz. Wegen die Finanzen. 17. Mai übergeht Mond im Wagen. Und aktiviert Wagen-Themen. Das ist das inneren Gleichgewicht. Oder etwas vergleichen. Ausgleichen. Oder eine rechtliche Lage. Oder Schönheit. Kreativität. Etwas verschönern. Oder Thema Partnerschaft. Dazu kommen noch die Themen von fünften Lebensbereich. Die Bezug zum Kinder in Harmonie bringen. Oder die Liebe Partnerschaft genießen. Diese Lebensfreude. 18. Mai ist Vollmond hier im Wagen. Und das bedeutet, das wird voll und ganz beleuchtet. Also das Thema ist sehr wichtig, was ich gerade erzählt habe. Dieser Vollmond ist exakt um 22 Uhr 11 Minuten. Im selben Tag steht Venus und Uranus in einer Verbindung. Und sie wirken zusammen. Uranus, Venus, hier im Wider. Das kann auslösen ein Neuanfang oder Neuigkeiten. Bei Uranus geht es um plötzliche Veränderungen. Unerwartete Ereignisse. Entweder durch diese Frau kommen diese Überraschungen, diese Veränderungen oder ändert sich etwas in die Liebepartnerschaft. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Bei Merkur. Einfluss handelt sich um Handlungen. Aber hier im Rückzug, im zwölften Lebensbereich, würde das klar und deutlich ausdrücken, nicht handeln. Nicht handeln. Sondern etwas überprüfen. Und das sind die Werte, die Finanzen und auch die Nachrichten, die Informationen. Merkur hat auch mit Gesprächen etwas zu tun. Oder Verträge, überprüfe in dieser Zeit die Verträge. Besonders wenn es um Finanzen handelt. Dieser Merkur-Einfluss hier im zwölften Lebensbereich bedeutet auch Schweigen. Außerdem möglich ist es auch, dass du geheime Feinde hast und sie reden hinter deinem Rücken. Mond übergeht in Skorpion. Aktiviert-Skorpion-Themen. Wandern die Gefühle, verabschieden von Angst, Zweifeln und übergehen auf positiven Gefühlen wie Begeisterung und Liebe und Dankbarkeit. Also auf die Gefühle achten, sehr, sehr wichtig bei Skorpion-Energie. Bei Skorpion-Energie kommt auch noch Sexualität, auch noch dazu. Und hier im sechsten Lebensbereich wirkt auf dein Alltag, auf die Arbeit, auf die Pflichten und Gesundheit. Es ist Abnehmen der Mondphase. Und das heißt, bei Abnehmen der Mondphase können wir etwas starten, was abnehmen soll oder loslassen oder von etwas verabschieden. Aber immer darauf achten, dass das nicht in einem Halbmondtag ist, weil das wirft alles zurück. Und bei einer zunehmenden Mondphase ist genau umgekehrt etwas beginnen, was zunehmen soll, was vermehlen soll, aber nicht im Halbmond, weil genau erreichen wir genau das Gegenteil damit. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung, das heißt, die wirken zusammen. Jupiter vergrößert etwas. Bei Mond handelt es sich auch um unsere Gefühle. Wir neigen dazu, etwas zu übertreiben. 21. Mai übergeht Mond im Schütze, aktiviert Schützethemen wie Zielorientierung, Bewegung, Sport, Reisen, Ausland und bei dir kommt noch dazu das Thema Partnerschaft. 22. Mai steht Mond und Saturn in Verbindung und Saturn zeigt, wie wichtig es ist, das in Form zu bringen und handelt sich natürlich um die Liebe Partnerschaft. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und Pluto sagt aus alles oder nichts und konzentrieren auf die Gefühle, die positiven Gefühle befestigen und Angst, Zweifel loslassen. Bei Pluto-Energie handelt es sich um Wanderung, natürlich auch Sexualität. Pluto herrscht über die Sexualität. 24. Mai steht Merkur im Diamant im Stier und das ist Glanz. Das klärt sich etwas auf, wird etwas beschleunigt und wenn du nachdenklich bist, wenn du etwas überprüfst, wenn du hinter den Kulissen schaust oder bei Verträgen die Kleingedruckte anschaust, dann kannst du einiges erkennen. 24. Mai, also am selben Tag, übergeht Mond im Steinbock. 25. Mai aktiviert erstens Steinbock-Themen, dass du Ziele brauchst, dann Geduld ausdauern, das nicht aufgeben. 25. Du brauchst ein Stück Stabilität in deinem Leben, ein Stück Paradies. Außerdem kommen Themen dazu, wie ämtliche Themen, Erbschaften, besonders wenn es um Finanzen geht. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist Spannung, hier im Wassermann und aktiviert bei dir Themen wie Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität und dein Glaubenssätze. Und in deinem Geburtshoroskop ist Venus hier, das darf man auch nicht vergessen, aktiviert dein Geburts-Venus und das hat mit deinem Aussehen als Frau oder mit deinem Weiblichkeit oder mit deinem Liebe etwas zu tun. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung, sie wirken zusammen. Und sie haben gleiche Essenz, so ähnlich, die haben beide einen Bezug zu unseren Fantasien und Träumen, unserem Unbewussten, unseren Gefühlen, unserer Intuition. Das ist eine inspirierende Kraft und das ist sehr, sehr kraftvoll. Möglich ist auch, dass wir in dieser Nacht etwas träumen und dieser Traum ist für uns eine wichtige Botschaft. 29. Mai übergeht Mond in Fischen. Aktiviert Fischen-Themen, das heißt Vertrauen, das Fluss des Lebens und hier im zehnten Lebensbereich, wie wichtig das ist, in Öffentlichkeit zu sein. Anerkennung bekommen, Respekt und Ansehen bekommen und auch Gedanken machen, was sind unsere Ziele und wie erreichen wir das alles. 31. Mai übergeht Mond im Wieder, aktiviert Themen wie Begeisterung, Neuanfang, Hoffnungen, Freundschaften. Liebe Siadea, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera. 3. Mai über 5. Mai Vielen Dank.